Heute geht es um einen sehr spannenden Glaubenssatz, nämlich im Internet sind nur Schnäppchenjäger unterwegs. Und das werden wir jetzt gleich mal auflösen, wie das tatsächlich sich darstellt. Viel Spaß dabei. Ja, herzlich willkommen zum Video. Mein Name ist Alex, Marvin auch am Start. Jo, hi. Und wir haben natürlich sehr viel mit Internetwerbung zu tun, deswegen denke ich, können wir uns dem heutigen Thema besonders viel sagen. Ja. Nämlich zum Thema, im Internet sind nur Schnäppchenjäger unterwegs. Und ja, man kann sich erst mal fragen, woher kommt das Ganze eigentlich? Ich denke, willst du was dazu sagen, Marvin? Ich will gerne erst mal an. Okay, ich will mal ein. Also das Ding ist, wenn ich im Internet unterwegs bin und ich gebe zum Beispiel einen Terrassenachkaufen, ich gebe ein Badezimmer, ich gebe eine Küche kaufen, ich gebe eine PV-Anlage, dann finde ich erst mal Angebote bei Google Shopping zum Beispiel, wo ich die Möglichkeit habe, für 1.000 Euro mir einen Terrassenachkaufen, wo jeder weiß, ey, da ist nichts drin. Und da diese Sachen sehr prominent sind, ist es halt auch so, dass sich über solche Themen halt auch Leute melden, logischerweise. Jetzt finde ich, sollte man aber ein paar Dinge erst mal unterscheiden. Der erste Punkt ist, der wichtig ist, die Person, die ich ansprechen möchte, muss das Geld überhaupt zur Verfügung haben. Und hier ist schon das erste Problem, die meisten Leute, die Online-Werbekampagnen machen, die machen zwei Dinge falsch. Erstmal, sie sprechen die falschen Leute an und zum Zweiten, sie sprechen es mit der falschen Botschaft an. Und dadurch kriegen sie genau die Schnäppchenjäger ins Boot. Und fast jede andere Agentur, wenn sie neu anfängt, arbeitet genau so, auch wir ursprünglich mal. Und das funktioniert aber einfach nicht. Ich würde noch eine Sache ergänzen und zwar ist auch die Art und Weise, wie man rangeht und welche Erfahrungen man auch mit dem Internet bis jetzt gemacht hat. Denn häufig hast du halt im Internet, das kommt auch so ein bisschen aus der Historie des Internets, ja. Es gab irgendwann immer mehr Transparenz. Es gab dann irgendwann sowas wie Ebay. Dann gab es sowas wie Kleinanzeigen. Ja, das heißt, die ganze Preistransparenz, ja. Also auch Google Shopping und so weiter, die ganze Preistransparenz und das hat auch im Internet sozusagen so zu diesem Internetaufschwung irgendwo hier natürlich geführt, ist, dass du halt im Internet eine sehr hohe Transparenz halt bekommen hast auf einmal. Ja, das heißt, früher mussten Leute halt einfach zu dir in die Beratung gehen. Jetzt mittlerweile haben sie die Möglichkeit, sie können auch einfach irgendwie auf die ersten drei Google-Ergebnisse klicken, sich da ein Angebot holen und dann die Angebote vergleichen. Im schlimmsten Fall sind die Angebote oder sind die Preise sogar auch noch transparent, dass du irgendwie sehen kannst, gut, ich habe hier ein Terrassendach, das kostet ein paar tausend Euro, das muss ich mir dann aber irgendwie selber zusammenfrickeln und das ist vielleicht auch nicht die geilste Qualität. Und dadurch hat natürlich der Kunde, der jetzt auf der Suche ist nach deinem speziellen Thema, der hat schon eine gewisse Vorerfahrung beziehungsweise so einen gewissen Anker im Kopf, was die Sachen irgendwie kosten oder auch schon so diesen Vergleichstrieb, weil er einfach die Möglichkeit hat, weil die Transparenz halt einfach da ist. Das heißt, Leute, die grundsätzlich über das Thema suchen, also sie suchen aktiv nach dem Thema, was du anbietest, die sind sehr wahrscheinlich schon in so einem gewissen Vergleichsmodus, einfach weil du die Möglichkeit hast, du siehst schon direkt verschiedene Anbieter, du siehst oben auch schon Preise eingeblendet, dadurch hast du einfach schon gewisse Anker im Kopf. Und das ist natürlich nicht ideal, wenn du solche Leute hauptsächlich bekommst, deswegen setzen wir halt hauptsächlich auch auf andere Wege, um die Leute übers Inneren zu bekommen. Ja, da geht es natürlich weiter, jetzt gerade wenn man mal zehn Jahre in die Vergangenheit schaut, da war nach der absolut etablierte Konsens, die Internetgeneration ist eine sehr junge Generation, junge Leute nutzen das Internet, junge Leute haben tendenziell weniger Geld als alte Leute, entsprechend sind sie halt generell in günstigeren Angeboten interessiert, also diese ganzen Themen spielen da mit rein. Mittlerweile kann man aber ganz klar sagen, sowohl jung als alt, sowohl arm als reich sind alle online. Also es ist einfach faktisch fast jeder in Deutschland online, täglich. Und an der Stelle, dass dann nur Schnäppchenjäger sind, ist es an der Stelle schon widerlegt, weil einfach viel zu viele Leute sich online aufhalten auf diversesten Kanälen. Und hier ist es halt ganz wichtig, wenn ich eine Online-Werbung mache, wen hole ich ab? Eine große Problematik, die meisten, die halt selber meine Werbung probiert haben oder mit irgendeiner Agentur arbeiten, die gerade neu im Start ist, da geht es halt dann darum zu sagen, ey, ich mache da auf Reichweite, ich möchte möglichst viel Reichweite erzielen, ich will Sichtbarkeit haben. Die Problematik ist nur, dass natürlich Leute, die viel Geld haben, die halt keine Schnäppchenjäger sind, im Regelfall A, weniger Zeit online verbringen, als Leute, die wenig Geld haben. Logisch, Leute, die wenig Geld haben, sind oftmals arbeitslos, die haben einfach mehr Zeit. Plus die Leute, die halt mehr Geld haben, investieren die Zeit scheinbar in ihren Job, deswegen haben die mehr Geld. Das ist logisch, eigentlich ganz logisch. Wenn ich jetzt sage, ich möchte aber möglichst viele Leute erreichen, erreiche ich erstmal die Leute, die günstig sind. Ist klar, wenn ich sage, ich möchte möglichst viel von was haben, dann kriege ich erstmal das Günstige. Und die Leute, die günstig sind, sind halt die, die viel Zeit online verbringen, damit sich der Kreis hier wieder schließt. Also die Leute, die meist wenig Geld haben. Und wenn ich hier am Anfang schon einen Fehler, wir nennen es immer Targeting, in der Auswahl der Zielgruppe mache, dann werde ich die Leute, die Geld haben, nie erreichen mit meinen Werbeanzeigen. Egal, was ich denen auf der Werbung zeige, ich werde sie nicht abholen. Und dann geht es weiter, der nächste Fehler, der selbst wenn man das erste komplett richtig macht, nur die Leute mit Geld anspricht. Diese Algorithmen, die online ablaufen, die optimieren sich selbst. Das heißt, wenn auf die Werbung viel reagiert wird, habe ich entsprechend mehr Leute, von denen die reagieren, werden angesprochen. Weil die Werbung möchte ja dazulernen, die Plattform möchte schlauer werden. Und die Kampagne soll schlauer werden. Bedeutet, dann geht es jetzt weiter. Es gab eine Zeit, eine Riesenwelle, da hat jedes Küchenstudio so eine Küchentesteraktion gemacht. Und solche Sachen kann man mal machen. Auch wir nutzen Aktionsmarketing bei uns gezielt. Aber es ist ganz wichtig, dass man nicht nur mit solchen Dingen wirbt. Und wir haben jetzt gerade zum Beispiel von einem Marktbegleiter gehört, der macht als Standardaktion 5000 Euro Rabatt bei PV-Anlagen. Jedes Mal. Jede einzelne Kampagne sieht so aus. Und das funktioniert natürlich gar nicht. Weil die Leute, die jetzt sagen, ey, ich möchte eine vernünftige PV-Anlage haben, die melden sich bei sowas gar nicht. Jetzt hat er vielleicht die richtige Zielgruppe eingestellt, was ich nicht mal glaube, bei dem, was ich so gehört habe. Aber angenommen, er hätte es, würde die Kampagne trotzdem in die falsche Richtung laufen. Weil die Leute, die paar Billigheimer, die halt dabei sind bei der guten Zielgruppe, sind die, die viel mehr reagieren darauf. Sodass die Kampagne immer weiter in die falsche Richtung läuft. Also du musst zwei Dinge im Griff haben, wenn du die Schnäppchenjäger loswerden willst. Und das sind Dinge, das kriegen 90% der Leute nicht hin, das erste ist die richtige Zielgruppe anzusprechen. Das ist komplex. Haben wir Jahre gebraucht, um das hinzubekommen selber, aber es geht. Und das zweite ist, du musst den Leuten die richtige Botschaft zeigen. Du musst überlegen, was sind Dinge, die Leute, die Geld haben, wirklich schätzen, wirklich mögen, wirklich gut finden. Und diese Dinge kommunizieren. Und nicht irgendeine, keine Ahnung, Scheiße, wo du jetzt gerade sagst, ja okay, wenn ich jetzt hier der Billigste bin, dann funktioniert es am besten. Und ja, an der Stelle, also es ist einfach zu widerlegen. Online sind nicht nur Schnäppchenjäger. Es ist ganz obvious, weil wir haben sehr viele Kunden, die im Hochpreisigweich verkaufen. Wie gesagt, das Thema rahmenlose Fenster finde ich immer ganz schön, da anzusprechen. Da sind Fenster ab 100.000 Euro, gut, ab 80. Aber sie gehen bei 6-stellig ca. realistisch los. Das ist die kleinste Version für 80. Das holt sich niemand, der kein Geld hat. Allein das Haus, wo so ein Fenster eingebaut wird, kostet wahrscheinlich eine Million. Und da kann man Kunden online gewinnen mit. Und das geht. Also in dem Sinne, ja, dass online die falsche Zielgruppe ist, kann man sich gerne weiterhin einreden. Wenn man ausreden möchte, um einfach nichts zu machen. Aber sinnvoll wäre es schon, wirklich diesen Glaubenssatz nochmal zu hinterfragen. Und zu sagen, ey, ja doch ehrlich, ich brauche eigentlich hochwertige Kunden, ich brauche hochpreisige Kunden. Ich probiere es online. Und wenn ihr da Interesse an habt, wenn du da Interesse an hast, dann melde dich sehr gerne bei uns auf 1-partner.de. Da findest du das Ganze. Der beste Beweis, sage ich mal, sind ja auch die täglichen Resultate, die unsere Partnerbetriebe haben. Kannst du dir gerne mal anschauen auf unserer Webseite. Findest du ja eine Sektion mit Referenzen. Da berichten ja die Leute über die Aufträge, die sie schreiben. Und da sieht man ja, dass es nicht. Offensichtlich, da geht es halt nicht. Offensichtlich sind da ja die Aufträge, die 20, 30, 40, 60.000 Auftragsvolumen auch abschließen, übers Internet erreichbar. Ja, genau. In dem Sinne, danke dir schon mal fürs Zuhören. Und du findest den letzten Teil der Serie einmal hier in dem Video verlinkt. Und ansonsten wünsche ich dir erstmal eine schöne Zeit. Geh gerne bei uns auf die Webseite. Trag dich gerne ein, wenn du sagst, ey, du willst auch, dass wir dir beweisen, dass online wirklich deine Zielgruppe ist. Dann mach das gerne. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.